Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf Sakura's Gaming Channel. Ich zeige euch hier ein paar Pickups, die wir die letzten Tage gemacht haben. Und hier zum ersten zeige ich euch das Deadpool-Spiel für die PS3 mit der Anleitung. Und dafür haben wir 7 Euro bezahlt. Und weiter geht's mit Ninja Gaiden Sigma und Sigma 2. Und dafür haben wir 15 Euro pro Stück bezahlt. Und sie sind in einem richtig schönen Zustand und beide mit Anleitung. Als nächstes haben wir hier Zanki Zero Last Beginning für die PS4. Und dafür haben wir 20 Euro bezahlt. Und hier haben wir Atelier Meruru für die PS3 und auch mit der Anleitung. CD ist auch in einem schönen Zustand und dafür haben wir 20 Euro bezahlt. Und ein weiteres Atelier Pickup, nämlich Atelier Chalice. Hierfür haben wir auch 20 Euro bezahlt und wieder in einem sehr schönen Zustand. Und hier haben wir drei PS4-Spiele. Einmal Tearaway, Outriders und Nier Automata. Und da haben wir ein Tauschgeschäft mit einem Freund gemacht. Er hat dafür Dark Souls Remastered bekommen. Wie fandet ihr die Preise? Hättet ihr euch eines dieser Spiele auch geholt oder vielleicht getauscht? Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Und natürlich auch wieder ein Like und ein kostenloses Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke euch!